Willkommen zu Battlefield 2042 Die erste Folge Nicht das erste Match Will da nicht mit Es ist aber Für mich das dritte Match Insgesamt Und ich bin auch nicht gut Greif festgefahren schon Fängt ja sehr gut an Ich spiele Hier Battlefield 3 Portal Modus Sektor Delta gehört uns Wo laufen wir alle hin Ich laufe meinen Teammates hinterher Die sind schon besser als ich Wir haben die Mehrheit der Sektoren unter Kontrolle Sektor Echo ist in Feindeshand Oh Sniper Sektor Charlie wird von feindlichen Truppen attackiert Ach Ziemlich nah schon Mich hat's erwischt Helft mir Ist überhaupt fair In der Nähe Ich glaube nicht Lasst mich allein Ich bin nicht mehr zu retten Sie haben Sektor Delta Auah Nach unten Oh Ich sollte die mal markieren Hilfe Hilfe Ein Ziel in Sektor Charlie steht unter Beschuss Ich bin nicht mehr ist geil wenn man spawnt und auf einmal steht da so ein panzer hier ist doch bestimmt irgendwo noch ein instant dauer das sind so viele das sind so viele gegner die kommen jetzt alle hier ich höre sie schon ich schieße schlecht das ist noch mehr ich hab den gar nicht gesehen sie töten unsere leute vergeudet nicht eure zeit es ist vorbei sektor der das unter unserer kontrolle fast alle sektoren sind jetzt unter unserer kontrolle Ich hab's erwischt. Was sind die überhaupt Teammates noch? Hilfe! Hilfe! Ich bin getroffen! Vergesst mich gefährlichst! Kämpft weiter! Das ist unser Punkt. Aua! Von wo? Erstmal heilen. Von da! Da ist einer. Ist der getötet? Sektor Charlie gehört uns. Ich hab auch jetzt nicht alle bis zu Waffe glaube ich. Da ist jemand gestorben. Das ist unser. Da hinten sind welche. Die raus. Oh, hab einen. Hey. Da drin ist noch einer. Ist da noch einer? Oben. Oder da? Zurück! Weiterfeuern! Gehen wir mal wieder zurück. Wir sind gerade am gewinnen. Laufen wir mal zum Kampf hin. Gehen wir mal wieder zurück. 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 Ja jetzt... ... hat keiner die anderen zu besuchen, glaube ich. Wir visieren ein Ziel in Sektor Alpha an! Ja, ehm. So. Na, helfe. Zum nächsten Mal gekippt. Oh. Ich markiere die nicht. Das finde ich blöd. Das ist ein licher. Pfann. Ach, da hin. Ich bin getroffen. Helft mir. Verbündete kontrollieren Sektor Alpha. Wir haben fast alle Sektoren übernommen. Gute Arbeit. Auch wenn das bestimmt nicht so gut war. Nein, du hast keine Reserven mehr. Feindliche Kampfverbände nehmen ein Ziel aus. Ich bin los. Nein. Ich bin los. Ich bin die Flüsse. Ich muss die Flüsse nicht schießen. Ich bin die Flüsse nicht schießen. Ich bin ein Schuss. Ich bin die Flüsse nicht schießen. scheiße die meisten aber die haben nur noch 42 ja wir sind alle hier hingegangen war nicht gut ja da läuft schon einer nach oben wir können uns keine weiteren verluste leisten unsere stärke hat sich halbiert ach da hinter dem werk bockt einen da war zu viel beschuss fanate werfen sind sie noch gegner sektor unter feindlicher kontrolle nur 19 haben sie hier einnehmer Okay, ein bisschen. Oh. Gewonnen. Seid stolz, Leute. Wir haben heute einen entschlossenen Feind besiegt. Ich bin überhaupt nicht übermütig. Einfach nur besser als der Rest. Tja, Leute. Hat Spaß gemacht. Ah. Geworfene Wurfobjekte. Vier Stück. Gut. Druckplatzierung drei. War nicht mein Verdienst. Aber das war's mit der ersten Folge von Battlefield 2042. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. .